Die beiden Dröscher. Im Sommer schien die Sonne heiß vom Himmel. Ein kleiner Teil in dem Dröscherleben war schon fast ausgegangen. Als die beiden Dröscher nicht mehr genug zu messen waren, beschlossen sie auf Fussung zu gehen. Gegen Abend kamen sie in die Schweizerkammer ein Faun oben. Dort fand ich einen großen Tag, der mit fessigen Fettel Milchgewehrt war. Mit einem Satz sprangen die beiden hungrigen Fröscher in den Milchtauf. So ließen sie es gut schmecken. Doch als sie ihn durchgeschickt hatten, wollen sie wieder rausspringen. Doch es gelang ihnen nicht, zu sehr sich auch bemühen. Die Wände des Milchtaufes waren viel zu glatt und zu schreien. Immer wieder versuchen die beiden Fröscher aus dem Milchtauf zu springen. Doch alle Debüren waren vergeblich. Viele Frauen schaubten sich in die Gefängnis und ließen sich nach ihnen die Weine furchtbar weh. Doch fragte der eine so wundlos all das Schrauben hinzu. Und ich gebe es auf. Ich kann nicht mehr. Er machte keinen Weg mehr. Auf dem Boden des Gewehrs unter den Trank. Für andere Frauen aber schaubten sie untermügend weiter. Völlig schiebte er einen Felsen Bouldebrocken unter eigenen Füßen. Seufrall hatte die Felsen wenig in Boulde verwandelt. Mit letzter Kraft schießte sich zum Bouldebrocken ab. Er schaffte den Sprung über den Rand des Windhoffens und war gerettet.